Guten Tag Leute, ich muss euch jetzt leider enttäuschen, da diese Folge eine ist, wo ich aufgenommen habe, aber vergessen habe mein Mikrofon anzumachen, ist mir von fast eineinhalb Stunden die Audiospur von meiner Stimme weg gewesen und eigentlich wollte das dann irgendwann mal nachholen, bis ich dann gemerkt habe, dass natürlich das Spiel leider automatisch noch was gespeichert hat. Macht er jedes Mal, wenn man zur Quest aufbricht bzw. wieder zurückkommt, wird einmal gespeichert, ob man will oder nicht. Und deswegen habe ich halt, habe ich dann gemerkt, äh nö, wenn man natürlich das merkt, dann denkt man erstmal, boah ne, kein Bock, machst du nicht und machst du irgendwann später nach, dann willst du sie irgendwann nachholen, man merkt, es geht nicht, dann denkt sie, psst, die ganze Zeit nachkommentieren, nee, deswegen, tut mir leid Leute, ist diese Folge unkommentiert, aber wird bald wieder normal sein, so in ein paar Folgen, aber trotzdem hoffentlich dann viel Spaß mit einer, naja, stummen Folge, aber ich hoffe ihr genießt es. Tschüss! Tschüss! Ja! Das war's. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Whoa! Whoa! Get down! Mm. Wow. Wow... Hi! Tschüss.